einen wunderschönen guten morgen liebe zuschauer herzlich willkommen zum trading tipp heute am donnerstag an dem tag an dem die nächsten inflationsdaten in den usa anstehen möglicherweise bekommen wir da mehr bewegung in die märkte was ich sehr gut bewegt hat in den letzten wochen und monaten ist hochtief muss man sich mal vorstellen baukonzern jeder spricht von baukrise und die aktie steigt und steigt zwar jetzt nicht übermäßig wie jetzt die großen hightechs vielleicht aber im sommer stand mir noch bei 80 euro jetzt sind wir schon bei 106 ein plus von 30 prozent in diesem zeitraum und das ist schon außergewöhnlich und wir sehen dass wir hier ein neues allzeithoch generiert haben wir sind über die marke von 105 euro heute morgen geht es ein bisschen zurück aber insgesamt ist das bild sehr sehr positiv und wie gesagt in zeiten relativ hoher zinsen hat sich die aktie schon mal gut entwickelt wie wir das sein wenn die zinsen mal fallen neue bauprojekte angestoßen werden wenn die zinsen wieder etwas niedriger sein dürften also von daher sind die aussichten durchaus positiv und deswegen haben wir uns für ein long produkt entschieden ein faktor zertifikat unseres partners morgen stanley die mc 7 36 l kostet aktuell 10 78 faktor 3 den stoppkurs den platzieren wir bei 9 euro 50 gestern hatten wir einen schein auf super micro die aktie auch gestern mit einem neuen rekord hoch konnte dann das ganze aber nicht verteidigen ist wieder etwas zurückgekommen und damit auch der schein den wir ihnen gestern ans herz gelegt haben aber sie haben es gesehen wenn wir da oben rausgehen dann halte ich auch 400 dollar nicht für ausgeschlossen der scheint leichte minus also noch nicht viel passiert deswegen kann man hier auch noch weiter investiert bleiben das war schon wieder kurz und schmerzlos heute der trading tipp morgen und ja am formen nach gibt es den nächsten bis dahin alles gut nicht f sü Bis zum nächsten Mal.